Mit wie vielen Jahren zählen die ganzen Sünden? Die Sünden werden aufgeschrieben, wenn die Person geschlechtreif geworden ist. Das heißt, wenn das Mädchen geschlechtreif geworden ist oder der Junge geschlechtreif geworden ist, dann zählen die Sünden, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, das bedeutet, das wird nicht geschrieben. Auf Deutsch jetzt, wir wissen, dass unsere Taten geschrieben werden. Und das wird geschrieben, Kalam, das bedeutet Stift. Und der Stift wird nicht schreiben bei drei Leuten. Unter anderem, Barakalafikum, der das Kind, was noch nicht popetiert oder was nicht geschlechtreif geworden ist. Wenn aber, dann ja. Dann wird geschrieben. Und das heißt, Barakalafikum sagt, Nicht, dass man sagt, ja, okay, das ist noch ein Kind, sechs Jahre, dann kann er Haram machen. Nein, da bringt man natürlich den Kindern bei, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Aber geschrieben als Sünde für die Person selbst nicht. Und die guten Taten auch. Dann ab diesem, Barakalafikum, Alta, Wallahu Ta'ala Ala, vor allem Moment.